Hallo ihr Lieben, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wie ihr gesehen habt am Titel dieses Videos, gibt es heute ein Schminkvideo. Ich möchte mit euch diesen frisch-rosigen Frühlingslook kreieren. Ich habe euch ja neulich schon mal einen 40-farbenen Look gezeigt. Heute geht es mir in Richtung Rosé und das ist wirklich ein quick and easy, der einfachste, dezenteste, aber frische und glowige Frühlingslook, wie ich ihn gerne trage und wie ihn viele gerne tragen, wie ich von euch weiß. Und ja, wenn euch interessiert, wie dieser Look entstanden ist, dann bleibt gerne weiter dran. Viel Spaß! Mein Spiegel habe ich hier wie immer schon stehen. Ich glaube, das sieht man auch. Und was ich schon trage, ist von Lumaine die Matte Oil Control Foundation in der Farbe 0.5 Fair Nude, damit das ein bisschen schneller geht. Und was ich noch trage und was ihr bestimmt schon öfter gesehen habt, wenn ihr mir zum Beispiel auf Instagram folgt, aber auch zum Beispiel meine Vlogs seht, Okay, dann ist das dieser wunderschöne Schmuck von Ana Luisa, den ich euch gerne zeigen möchte und den ich jetzt schon eine ganze Weile trage. Und Ana Luisa habt ihr bei mir schon gesehen. Ich finde den Schmuck wunderschön. Es ist wirklich hochwertiger, eleganter Schmuck, aber auch funky Schmuck dabei. Also für jeden Geschmack etwas. Und was ich besonders schön finde bei Ana Luisa ist, dass es ein komplett klimaneutrales Unternehmen ist. Und wirklich den Fokus auf erschwinglichen, hochwertigen, aber fair produzierten Schmuck legt. Und die Designs finde ich einfach wunderschön. Da ist wirklich für jeden was dabei. Ich mag ja eher so zierliche, elegantere Sachen, aber es gibt eben, wie gesagt, auch so funky Sachen. Und Ana Luisa hat momentan einen Muttertags-Sale, der schon im vollen Gange ist. Dazu schreibe ich euch alle Infos und auch den Link in die Infobox. Jetzt möchte ich euch aber diesen wirklich wunderschönen Schmuck zeigen, den ich schon eine ganze Weile trage und der sich wunderbar mit meinem Goldschmuck kombinieren lässt. Es ist ja hochwertig vergoldeter Schmuck. Und die Stücke, die ich habe, haben als Kern Silber. Und das ist in der Regel sogar recyceltes Silber. Also wirklich richtig schön nachhaltig und eben auch klimaneutral produziert. Das Erste, was ich hier habe, ist dieser wunderschöne Ring. Ich blende euch auch ein, wie die Schmuckstücke jeweils heißen. Und ich finde den so schön. Der ist so schön zierlich und funkelt so schön in der Sonne, die wir ja jetzt auch schon mal hatten. Und ich trage den einfach gerne. Ich habe ihn in einer Größe gewählt, sodass ich ihn an verschiedenen Fingern tragen kann, weil bei mir die Finger im Winter zum Beispiel schmaler sind durch die Kälte und im Sommer dann etwas umfangreicher werden. Das heißt, im Winter habe ich ihn dann auf dem Mittelfinger. Oder, wenn es jetzt Sommer wird und die Finger vielleicht ein bisschen anschwellen, habe ich ihn auf dem Ringfinger. Und was ich wirklich richtig schön finde ist, und was ich gerne mache, ist den mit dem Ehering zu kombinieren, so als Vorsteckring. Überhaupt keinen Unterschied zu sehen. Diese hochwertige Vergoldung steht dem Echtgold, was ja eigentlich beides Echtgold ist, aber dem massiven Gold in nichts nach. Und sieht kombiniert einfach wunderschön aus. Wunderwunderschön. Und die Kette trage ich auch total gerne. Also die habt ihr mit Sicherheit schon ein paar Mal gesehen. Ich habe hier mein Initial, aber wenn man das zum Beispiel als Geschenk macht, jetzt zum Muttertag, dann wäre es ja auch schön, der Mutter zum Beispiel ihr eigenes Initial zu schenken oder das Initial, das man selber hat. Also, dass die Mutter immer daran erinnert wird, wenn sie die Kette trägt, von wem sie ist. Und ich habe eben das C, weil ich die Kette selber trage. Und ich finde es einfach wunderschön. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon eine Initialkette haben möchte und nie so richtig das gefunden habe, was ich wollte. Und dann habe ich es bei Anna Luisa bekommen und ich finde sie wirklich wunderschön. Die ist auch in der Länge verstellbar. Also es gibt drei Stufen, wo man sie verstellen kann. Mal länger und mal kürzer. Und ja, finde ich sehr toll. Und die Ohrringe. Ein Traum. Die sind so schön leicht und zierlich, so wie ich es mag. Und mit einem meiner Lieblings-Edelsteine sozusagen. Und zwar sind die mit Opal. Und ich finde Opal richtig schön. Passt es auch so in den Frühling und zu meiner hellen Bluse, was einfach eine schöne, lebendige Farbe ist. Beziehungsweise ein schöner, lebendiger Stein, der verschiedene Farben hat und auch immer so funkelt und leuchtet in verschiedenen Farben. Mit grünlich und pink und weiß und blau. Finde ich richtig schön. Also Opal ist neben Saphir und Diamant einer meiner Lieblingssteine. Und das ist der Schmuck von Anna Luisa. Wie gesagt, ich schreibe euch in die Infobox, von wann bis wann der Sale geht. Und ihr erhaltet, wenn ihr etwas kauft, auf das zweite Schmuckstück 40% Rabatt. Also da ist das schön. Zum Beispiel so eine Initialkette. Eine für euch, eine für eure Mama. Und ihr könnt dabei auch noch richtig gut sparen. Also schaut in die Infobox. Und jetzt geht es erstmal los mit meinem rosigen, frischen Frühlingslook. Also wie gesagt, ich habe die Foundation schon drauf. Das muss ich jetzt aber noch abpudern. Und ich glaube, das habe ich euch so in der Form zumindest mal in einem Schminkvideo noch nicht gezeigt. Ich benutze in letzter Zeit sehr gerne diese kleinen dreieckigen Puderquastenpuffs. Weil ich festgestellt habe, dass ich damit weniger schnell glänze. Also wenn ich das Puder mit einem Pinsel auftrage, so wie ich das seit Jahrzehnten mache, fange ich relativ schnell wieder an zu glänzen aufgrund meiner doch eher fettigen Haut. Und wenn ich das mit diesem Puderquast mache und diese Dreiecksform ist wirklich genial und das Puder damit nur einpresse, hält die Foundation wesentlich länger. Genau. Und ich fange wirklich signifikant später erst an zu glänzen. Ich nehme das dann ins Puder. Ich schreibe euch auch alle Produkte, die ich verwende, in die Infobox. Das ist von Benecos das Translucent Powder Mattifying. Und dann presse ich das komplett über die Foundation, sobald die ein bisschen angetrocknet ist, sobald ich die mit dem Pinsel eingearbeitet habe. Dann presse ich das alles richtig schön ein. Und ich nehme aus dem Grund ein transparentes Puder, weil mir eigentlich die Deckkraft von der Foundation reicht. Und jetzt speziell auch für so ein Frühlings-Make-up finde ich es ja immer ganz schön, wenn die Haut eben auch durchscheint. Und als nächstes kommen dann schon zuerst mal die Augen dran. Da werde ich eine Mischung machen aus der Alverde Lidschatten Palette Rose Garden und meiner heiß und innig geliebten Luria Matt Eyeshadow Palette. Und die benutze ich, also letztere benutze ich für das Konturieren des Auges. Und zwar nehme ich da die Farbe Mokka. Das ist diese hier. Also ein helles Braun, da kann man jeden beliebigen Ton nehmen, weil ich gerne mit einem hellen Braun die Lidfalte betone. Und ich setze den einfach hier so an. Ich zeige euch das mal auf der anderen Seite, damit ihr das besser sehen könnt. Und wische dann mit der Scheibenwischer-Technik, die ich einfach nicht los werde, in der Lidfalte. Und ich mache auch kein allzu starkes Augen-Make-up, weil ich es im Frühling eigentlich immer schön finde, diese Natürlichkeit, einfach nur diesen frischen Glow im Gesicht zu haben und nicht zu sagen, Lidschatten, Blush, Lippenstift oder was auch immer, dass man das so sieht, sondern dass es einfach ein einheitlicher, schöner, frischer Look ist. Das liebe ich ja besonders, das kennt ihr von mir. Dann wird das so ein bisschen verblendet. Und als nächstes nehme ich dann eine Katzenzunge und gehe in diese zweithellste Farbe hier rein, in dieser Palette. Das ist so ein richtig schönes, ich würde sagen Alt-Rosé, so ein staubiges Rosa. Und das zaubert einfach nur so ein bisschen rosige Farbe auf die Lider. Bisschen Glow. So, das ist das Rosé. Also wirklich nur ganz, ganz zart. Dann gehe ich nochmal zurück in das Braun, in das Mokka und mache nur den äußeren Augenwinkel hier nochmal ein bisschen dunkler. Auch das kennt ihr von mir, das ist im Prinzip ja mein Signature-Look. Ich mag das einfach total, aber wirklich ganz, ganz einfach, ganz, ganz leicht. Und die Frische kommt nachher dann durch den Blush. Also das soll wirklich nur so ein fast Minimal-Make-up sein. So, was ich jetzt brauche, ist ein kleiner, festgebundener, abgeschrägter Pinsel. Damit mache ich mit Lidschatten wieder meinen Lidstrich am oberen Wimpernkranz. Und dafür nehme ich ja auch total gerne diese Palette und den Puder, weil ich irgendwie mit Kajalstiften in letzter Zeit nicht so, weiß nicht, das gefällt mir irgendwie nicht. Also ich nehme Puder, das macht das Ganze auch softer und nicht so hart wie mit einem Kajalstift. Und da nehme ich aus dieser Palette sehr gerne hier den Farbton Bark, wenn es etwas dramatischer sein sollte, den Carbon. Oder ich nehme aus der Lili Lollo Palette den anthrazitfarbenen Lidschatten. Der ist jetzt allerdings mit ein bisschen Glanz, beziehungsweise Glitter drin und das möchte ich jetzt nicht, ich möchte was Mattes. Also nehme ich hier Bark und tupfe den im Prinzip auf den oberen Wimpernkranz auf. Das habe ich euch auch schon etliche Male gezeigt. Und das verstärkt einfach den Wimpernkranz. Das ist jetzt kein Lidstrich in dem Sinne, aber es verdichtet optisch die Wimpern. Ich habe euch das neulich mal in einem Video gezeigt, wenn ich die Augen zusammen, nicht knallt, aber das Auge geschließt und dann mit dem Pinsel vorbeigehe, dann geht hier auch genau auf der unteren Linie, also auf dem unteren Wimpernkranz, so ein bisschen Puder mit drauf. Und das ist genau die Stelle, wo ich das auch ziehen würde. Also habe ich mir letzten Endes einen Arbeitsschritt gespart, aber man kann es natürlich auch zum Beispiel jetzt bei offenem Auge machen und dann hinterher einfach nochmal am unteren Wimpernkranz vorbeigehen, wenn man das möchte oder auch im Prinzip dann andere Farbe drauf machen. Als nächsten Schritt trage ich dann Mascara auf und da benutze ich in letzter Zeit gerne eine Kombination aus zwei unterschiedlichen, einfach, weil es einen besseren Effekt gibt und ich mag das gerne. Ich benutze heute die Alverde Falls Lashes Mascara und die Hypoallergenic Curling Mascara. Beides in Schwarz. Das werde ich jetzt eben schnell machen. Ich glaube, das weiß jeder, wie man Mascara aufträgt und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Mascara ist drauf und was ich jetzt gerade auch noch eben schnell gemacht habe, ist die Augenbrauen ein bisschen zu betonen, weil ich da ja ein bisschen Hilfe brauche, dadurch, dass die so sperrig sind. Und das habe ich gemacht mit dem Essence Micro Precise Eyebrow Pencil. Der ist wasserfest. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mein Augenbrauenvideo an, das ich neulich erst gemacht habe. Da habe ich euch gezeigt, welche Augenbrauenprodukte ich zurzeit gerne benutze und wie ich sie anwende. Und das meint auch so ein bisschen den Unterschied. Und jetzt werden die Wimpern noch geformt. Das finde ich besonders im Frühling schön, dass man so einen schönen Wimpernschwung hat, den ich von Natur aus leider nicht habe. Und da kann auch keine Curling- oder Schwungmascara irgendwas ausrichten. Da brauche ich schon professionelle Hilfe. Mascara macht meine Wimpern dichter, schön schwarz und voller, aber der Schwung kommt mit dem elektrischen Wimpernformer. Davon habe ich ja inzwischen zwei. Habe ich euch auch beide schon mal in Videos gezeigt. Kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Und der heizt jetzt gerade noch auf. Und dann zeige ich euch auch noch mal den Unterschied, falls ihr neu hier seid und das noch nie gesehen habt. Also ich habe sehr störrische Wimpern, wie man sieht. Ich habe jetzt zwei Schichten Mascara drauf. Zuerst die Hypoallergenic und dann die Alverde Falls Lashes. Und die Hypoallergenic ist ja eine Curling-Mascara. Man sieht, meine Wimpern sind noch relativ gerade. Sie macht zwar von sich aus ein schönes Ergebnis, wenn ich sie alleine benutze mit zwei Schichten. Aber wie gesagt, in letzter Zeit mache ich das gerne mit zwei verschiedenen Wimperntuschen. Und bevor der hier wieder ausgeht, der ist jetzt heiß auf 65 Grad. Macht den Wimpern überhaupt nichts. Kann man auch regelmäßig machen. Ich mache es eigentlich nur zu besonderen Anlässen. Oder wenn ich ein besonders schönes Make-up haben möchte, dann setze ich die Bürste hier an. Das ist ja so geriffelt hier vorne. Setze die unten am Wimpernansatz an und biege die Wimpern hoch. Dazu sollte die Wimperntusche trocken sein. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber in der Regel macht man ja das Make-up alleine für sich. Und das halte ich da dann meistens so 15-20 Sekunden. Und fahre dann ein bisschen weiter hoch zu den Spitzen. Und dieser Wimpernformer schaltet dann auch von alleine wieder ab. Nach fünf Minuten, glaube ich. Also man hat ausreichend Zeit, die Wimpern zu formen. Muss aber keine Angst haben, wenn man jetzt vergessen hat, es auszuschalten, dass da irgendwas passiert, weil der von alleine wieder ausgeht. Als nächstes kommt ein Blush, das ich schon relativ lange habe. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich mir das gekauft. Und zwar von Santé, das Multi-Effekt Mineral Blush. Da braucht man eigentlich keinen Highlighter mehr, weil da mehrere Töne drin sind. Eigentlich alle, bis auf diesen einen hier unten, die leichten Glitzer drin haben. Also das fungiert für mich zumindest auch mal mit als Highlighter. Und da nehme ich einen Pinsel, nehme ich mal den, den ich vorhin für die Crease benutzt habe. Augen-Make-up ist ja wirklich sehr, sehr einfach und kaum zu sehen. Also es ist wirklich eine, ich würde sagen, invisible definition sozusagen. Also eine kaum sichtbare Definition des Auges, gerade wenn man auch so wie ich so ein bisschen Schlupflider hat. Eine tolle Sache und man muss nicht immer Lidschatten großartig sehen. Ich sehe allerdings, ich weiß nicht, ob es im Display auch so rüberkommt, ich sehe das Rosé von dem Lidschatten hier auf jeden Fall. Aber man könnte das auch nochmal verstärken. Jetzt nehme ich erstmal hier oben diese leicht glitzernde Rosé-Farbe einzeln auf dem Pinsel und mache das in den inneren Augenwinkel, um den so ein bisschen zu highlighten. Ohne, dass man jetzt im Prinzip großartig Farbe sieht. Einfach nur, damit es heller ist, das Auge mehr öffnet und mehr strahlen lässt. Und das Ganze mache ich auch am äußeren Augenwinkel, der bei vielen, so wie bei mir ja auch, oftmals ein bisschen dunkler ist. Einfach um es aufzuhellen und es ein bisschen zum Strahlen zu bringen. Und das ist auch wunderbar zu meiner Maniküre. Auch die findet ihr unten in der Infobox. Also wenn man das möchte, könnte man ja jetzt zum Beispiel das hier auch ganz super als Lidschattenpalette benutzen. Es muss ja nicht immer nur Rouge sein. Habe ich euch bei der Lili Lollo Rougepalette auch schon gezeigt, dass ich den super gerne als Lidschatten verwende. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier nochmal in den Rosaton gehen und im Nachhinein hier nochmal ein bisschen Farbe draufbringen, wenn ich das möchte. Oder wie gesagt, wenn es dann so eine Transition ist zum Abendmakeup, kann man da auch noch glitzenden Lidschatten drüber geben oder Highlighter drüber geben, wie man es gerne möchte. Jetzt kommt aber der eigentliche Sinn dieses Blushes für die Wangen. Da gehe ich mit dem Pinsel rein und stupfe da einfach so ein bisschen hin. Und da trage ich das von der Wange Richtung Schläfe hin auf. Also so richtig old school, weil ich das am liebsten mag. Und ich glaube, dass auch für so ein bisschen reifere Semester der schmeichelndere Luck ist als alles andere, was man so sieht. Also mir gefällt das persönlich tatsächlich am besten. Und wie gesagt, dadurch, dass hier schon Glitterpartikel enthalten sind, braucht man eigentlich nicht mal mehr einen Highlighter. Nicht zwangsläufig. Und da das hier ein frischer Look hat, so ein frischer, natürlicher Look, reicht mir im Moment das, was hier an Farbe abgegeben wird. Und ich finde, das gibt so eine richtig schöne, frische, rosige Farbe ins Gesicht. Eigentlich total passend für den Frühling. Und ich glaube, sowas ist auch schön für Anlässe. Wenn man jetzt Ostern, Geburtstag, Muttertag, was auch immer feiert. Jetzt im Frühling und im Sommer. Im Sommer ist der auch richtig toll. Dann kommen die Lippen. Das ist im Prinzip der Hingucker. Wenn man so möchte. Ich habe ja vorhin gesagt, alles schön harmonisch, einheitlich. Dass es einfach nur einen frischen Look gibt. Dazu nehme ich einen Lip Liner und zwar von Avril, den Creolevre in Vieux Rose. Und leine mir damit die Lippen auf der natürlichen Linie. Und das ist für mich ein ziemlich neutraler Farbton, weil ich keinen Lippenstift gleich auftrage, sondern Lip Gloss. Und da möchte ich nicht, dass man den Liner sieht, sondern den Lip Gloss. Möchte aber durch den Liner verhindern, dass eben der Gloss hier in die gleichen Fältchen über den Lippenrand quasi ausläuft. Oder ausblutet, hat man früher gesagt. Eigentlich kaum zu sehen. Und als Lip Gloss nehme ich ein Oldie But Goodie und zwar von Altera, den Lip Gloss in der Farbe Soft Red. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das rot ist. Für mich ist das ein richtig schöner, in Richtung bärig gehender Rosé Ton. Also sehr schön natürlich und passend zu dem, was ich hier eigentlich machen möchte. Und da zaubert einfach nur richtig schönen rosigen Glanz auf die Lippen. Wenn man es stärker haben möchte, kann man eben entweder mit dem Lip Liner komplett die Lippen ausmalen und den Gloss dann drüber geben. Oder einen Lippenstift nehmen und da den Gloss dann drüber geben. Aber wie gesagt, ich möchte es ja schön natürlich und glowy haben. Und das wäre im Prinzip nur der Lip Gloss. Wer jetzt aber doch mehr Glow haben möchte oder das dann eben für abends haben möchte, kann ja dann auch einen Highlighter benutzen. Ich nehme dann in dem Fall diesen Rosé-Fahnen aus der Catrice Clean ID Mineral Highlighting Palette. Einfach um euch den Unterschied zu zeigen. Also ich würde jetzt ohne Highlighter gehen auf jeden Fall. Auf jeden Fall tagsüber. So, dann nehme ich meinen Setting, äh, ist das Setting Brush? Doch, der Setting Brush. Den nehme ich sehr gerne als Highlighter-Blush, weil der gerade die richtige Größe hat. Und trage den dann eben hier noch auf. Und dann habe ich hier halt noch so ein bisschen mehr Glow, was ich dann zum Beispiel abends auch im künstlichen Licht oder im Sonnenschein noch so ein bisschen, ähm, ja, was das Ganze so noch ein bisschen glowiger macht. Und weil man auf einem Bein nicht stehen kann, aber ihr seht den Unterschied, oder? Ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Wie gesagt, das würde mir jetzt komplett schon reichen. Aber ich mache dann hier nochmal ein bisschen. Und wenn man dann, wenn man dann in die Vollen gehen möchte, kann man dann ja auch noch den braunen Bogen leicht betonen. Vielleicht noch das Näschen. Und hat dann einen frisch rosigen Glowy Frühlingslook. Also da sind ja Möglichkeiten viele, würde ich mal sagen. So, jetzt mache ich mir noch eben die Haare. Und dann seht ihr das nochmal komplett, ähm, den rosigen Frühlingslook. Die Haare sind jetzt auch gemacht. Und ich habe mich für einen bisschen soften, romantischen, nicht zu perfekten Look entschieden für die Haare. Und ich finde gerade im Frühling so diese Romantik, genau die Romantik, jetzt ist ja auch bald wieder Hochzeitssaison und romantisches Make-up, romantische Frisur. Und was gibt es denn Besseres, fällt mir jetzt gerade ein, als zum Beispiel den Brautjungfern oder Trauzeuginnen so eine schöne Initialkette zu schenken oder auch Ohrringe. Ist doch super. Da braucht man keine Größe wissen. Da muss man höchstens wissen bei Ohrringen, ob die Ohrlöcher tragen, die Damen. Aber bei einer Kette mit einem Initial, also wenn ich Brautjungfer wäre oder Trauzeugin, würde ich mich total darüber freuen. Es gibt aber auch anderen Initialschmuck und so viel Auswahl bei Anna Luisa. Und es gibt so viele Gründe, einer Frau Schmuck zu schenken oder sich selber als Frau auch was zu gönnen. Also es ist erschwinglich, es ist toll und ich trage den Schmuck wirklich total gerne. Also schaut mal vorbei unten in der Infobox. Und profitiert auch von dem aktuellen Muttertag-Sale. Aber es muss nicht unbedingt zum Muttertag sein. Mein Look ist ebenfalls fertig mit der Frisur und ich finde ihn richtig schön frühlingshaft. Passend, wie gesagt, auch zu meiner Maniküre. Und ja, ich freue mich auf den Frühling und auf den Sommer und auf viele weitere Videos, die ich mit euch zusammen teilen kann. Also lasst mir gerne einen Kommentar da. Einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann auch gerne ein Abo. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.